So, jetzt gehen wir endlich mal an ein großes Total heran. Und zwar schauen wir uns jetzt an die Möglichkeiten, die wir haben, um so einen ganz, ganz klassischen Ikea-Effekt zu erzielen. Das habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ihr durch den Ikea marschiert seid, dass ihr das Bild von einer Londoner Telefonzelle von einem New Yorker Taxi, wie hier, oder vom Eiffelturm habt und nur dieser eine Bereich, nur dieses Taxi, diese Telefonzelle ist farbig, der Rest ist schwarz-weiß. Das machen wir und diesen Effekt erzielen wir mit Hilfe von Einstellungsebenen. Und das ist wirklich sehr einfach und ihr werdet es sehen, ganz schnell zu machen. Dann könnt ihr schon eure eigenen Bilder schießen und diesen Effekt einfach mal ausprobieren. Wir starten wie mit jedem Photoshop-Projekt mit dem Shotcut STRG-J bzw. COMMAND-J. Ich dupliziere meine Hintergrundebene, damit ich immer wieder reversibel arbeiten kann. Und starte jetzt gleich einmal mit einer Einstellungsebene. Einstellungsebenen haben wir bei unterhalb unserer Ebenen, entweder hier, Misch- bzw. Einstellungsebenen, oder ich habe ein paar Schnellkorrekturen hier. Das sind ebenfalls Einstellungsebenen. Also das finde ich entweder hier unter schwarz-weiß oder hier unter schwarz-weiß. Und wenn ich das jetzt anwende, seht ihr, kommt eine eigene Ebene, eben eine Einstellungsebene. Und hier sage ich jetzt schwarz-weiß. Einstellungsebenen machen folgendes. Ich klicke nochmal ganz kurz weg von meiner Ebene auf die Ebene 1 und ihr seht jetzt ganz kurz, schaut mal auf meine Vordergrund- bzw. Hintergrundfarbe. Ich habe bei der Vordergrundfarbe jetzt rot angewählt. Sobald ich in diesen Bereich in der Einstellungsmaske hineinklicke, ändert sich das auf schwarz-weiß. Heißt also, dass ich hier nur mit schwarz-weiß arbeiten kann oder halt mit gräulich. Aber bitte bleibt bei schwarz-weiß, ich erkläre euch gleich warum. Weiß bedeutet nämlich, dass der Filter bzw. in dem Fall die Einstellungsebene hundertprozentig angewandt wird. Also ihr seht, überall ist weiß und hier überall schwarz-weiß. Wenn ich jetzt sage, ich wechsle jetzt hier, dass die Vordergrundfarbe schwarz ist und nehme mir einen Pinsel. Mein Pinsel hat jetzt eine Stärke von 32 Pixel. Das reicht mir schon. Ich könnte jetzt ein bisschen größer machen, was zum Demonstrieren. Auf 60, 70, 80, egal, lassen wir mal so. Ich habe auch eine kleine Weiche, also ich habe die Härte auf 50 Grad nicht ganz gestellt, damit wir ein bisschen mehr oder weniger einfacher arbeiten können. Und jetzt, wenn ich jetzt mit schwarz über diese Einstellungsebene arbeite, dann seht ihr, dass die Farbe im Hintergrund durchkommt. Das heißt, und jetzt hier seht ihr, dass ein schwarzer Fleck entstanden ist. Das heißt, dass überall, wo ich schwarz male, mehr oder weniger die Einstellungsebene wieder gelöscht wird. Und so kann ich jetzt dieses Taxi im Grunde genommen einfach ausmalen. Ich mache das jetzt einfach ein bisschen größer, damit ich mir jetzt ein bisschen Zeit spare. So passt das besser. Zack, zack, zack. Wunderbar, wunderbar. Alles gut, alles fein. Da male ich jetzt ein bisschen hinaus. Das ist jetzt nicht so tragisch. So, da. Gut. Da noch der Bereich. So, ihr seht es jetzt, ich habe mein Taxi freigestellt und ihr seht es auch hier diesen schwarzen Haufen auf meiner Einstellungsebene. Heißt also, dass jetzt überall der Filter angewandt wird, außer auf dem Bereich, den ich schwarz ausgemalt habe. Habe ich jetzt etwas zu viel gemalt, wie zum Beispiel hier, man sieht den BMW im Hintergrund, dann wechsle ich zwischen Hintergrund- und Vordergrundfarbe, mache meinen Pinsel wieder ein bisschen kleiner, damit ich genauer arbeiten kann und male mir jetzt die Flächen wieder aus, die nicht farbig sein sollen, sprich die schwarz-weiß bleiben sollen. So kann ich hier mich durcharbeiten. Das ist natürlich, ich bin jetzt nicht hundertprozentig genau, ganz einfach, weil es nicht notwendig ist, man erkennt das Gott sei Dank eh nicht so gut, weil zum Beispiel hier oben bei dem Taxi-Schild, das sind so Kleinigkeiten, die man gar nicht erkennt jetzt. Wenn ihr super pingelig seid, dann macht ihr das. Aber bei dem BMW zum Beispiel sehe ich ganz einfach, das ist ein blaues Auto. Das erkenne ich ganz, ganz deutlich, dass hier die Farbe durchkommt. Und so arbeite ich mich einfach durch, bis das Bild für mich perfekt ist. Da könnt ihr euch jetzt spielen für euch auf einem Bild selber. Ladet euch Bilder herunter, aber bitte auch darauf achten, dass ihr mit diesen Bildern arbeiten dürft oder diese dann nicht verwendet, beziehungsweise veröffentlicht. Ansonsten schießt eure Fotos, schießt alles Mögliche, macht das mit einem Bild, wo ihr drauf seid und der Hintergrund wird schwarz-weiß, ihr seid in Farbe und so weiter und so fort. Versucht es einfach mal ein paar Mal durch, damit kann man echt coole Effekte erzielen. Immerhin wird Ikea ziemlich reich mit solchen Bildern und das ist eigentlich gar nicht so schwer, oder? Wunderbar.